ARD Text im Auftrag von Funk Monty, oh nein, oh nein, da wo ich es markiert habe Raffi, du spielst Lockvogel Du kannst mich am Arsch lecken Du wirst als Held in die Geschichte eingehen Toller Held Ruhe bitte So ein Held will ich nicht sein Das sind zwei Ja, lass ihn herkommen Wie viele lieschen du meinst, Sinder? Vier Ach, wuuuuh Okay, einer ist weggerannt Drohne auf dem Boden, Raffi Hä? Ja Hä? Aber er tötet mich, ne? Ja, Slash 10 HP Slash 10 HP Wer tötet? Camps sind unnötig Ah, der ist in der Drohne drin Einfach save spiel Einfach save spiel Okay, von Raffi Raffi, Raffi Raffi bei dir am Fenster Hängt Oben links Da ist der Forstmatte Dann lass ihn einfach reingehen Gerne Ich hab doch geschossen Er hat zwei HP Willst du mich verarschen? Einer kommt von dem Fenster Vom anderen Fenster, wo noch zu ist Egal, egal Fokussier dich auf die Slash Er springt rein Abgefallen Abgefallen Guu 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 Nagel Du fährst in der Forstmatte Jawohl Sehr gut Sehr schön Kapo Nice, sehr einfach Gargoy Gut gemacht Gut gemacht Vollplayed Hinter uns Oh mein Gott Auf der Küche Da steht In der Küche Links Ja oder da Aha Das wird schon mal nix Ja Ich seh nix Erlebe ich dich wieder? Nein, ich bin tot Oh mein Gott WTF Einer bei mir ist Tomat Ja gut Von hinten von Wine kommt Carriage Weil Wine ist Tomat Wine ist Tomat Wo bist hinter uns? Tomat ist down Morgen Könnt ihr irgendwas da Machen? Sehr gut Ja perfekt Ich hab ihn abgelenkt Mann, mein Verdienst Ich kann nicht abdrücken Wie viel steht's überhaupt? Er steht zweit Weitweit Cool Möglicherweise Ja Jetzt Chris Du bist Du ist Du ist Die Drohne hat sich gesehen Jetzt noch ne Drohne Ist ein A drin Lenden auf A Lenden auf A Lenden auf A Die Barne ist draußen nach A Ja Bitte Erste Nicht drauschen Nein Holy shit Die Barne ist immer noch links Mach den Fuse Nein Jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr Jetzt Schnell Du bist unser Held I got this Hm Wieso bin ich nicht erst Schlafen Weil wer ist denn erster Weil wer ist denn erster Da Keine Nerf Einfach Irgendwie rum Einer macht den Kitchen Dropper Off Dann werde ich aber geholt Das ist das Problem Ich bleib einfach hier sicher liegen Guten Morgen Alter wer saved mich Flashbang Run Run Du hast grad Hibana getötet Hibana ist exakt hier Im Gang Im Gang Perfekt Hä wir waren Loll Hä Loll die sieht bei mir aus wie die Hibana Ach das sind doch alles dieselben Schlamm Mann heute läuft gar nichts alter Mit C läuft nicht Internet läuft nicht Da ist ne Ash Raffi No player Health game Health game Hehehe Er will nicht Er will nicht Er will nicht leben Oh Äh in B Wo ist mein Handy überhaupt Achso Ja klar 2D 2D Ok Ich glaub die ist in dem B drin Ja ein B In B wird geblendet Ich glaub ich hab einen oder Ja einen genockt Plötzlich genockt Oder war das Finca Hört sich auch an als wenn sie draußen ist Keine äh Ding Junge was ist mit meiner Mutter los Ist die dumm Twitch alter du bimmst es Skylight gedroppt Hibana Wenn sie Treppe kommt hab ich sie War Fuse gedroppt Skylight Schön War Fuse heute Schön Schön Hör mal das war vor Hibana Ich hebe Boah Hahaha Hat sich auch noch nicht Ja Hahaha 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 Das war gut Perfektes Timing What? Ist ok Ist ok Mir Lobby ist was Cavera ist im Lobby Es bleibt so ne fitte Explosion Größ ne So große Feuerballone Hibana ist bei Kitchen und so Ja Aha da schießt was Da steht was davor Da steht aber ein böse Montagne davor Montagner Da kommt Fletch Diffuse Hehhh Ameeting B H Andere Türe hier rechts Da sind 3 Legion Traps liegen hier Lasst ruhig reinkommen Ja Hat 2 von 3 Legion Traps, Monty Ja, ich hab auch noch einmal getroffen Einer liegt noch Er kommt wieder Er hat wieder einer Einer liegt gerade Monty Last Diffuser ist immer noch ein Meeting Einmal durch Okay, nicht nicht Ouuuch Die haben eine Twitch ohne die die CapCard vor allem wegmachen Juhu Ich hör dich Bei mir kommt was Ganz oben Schildglas Und noch ein Dritter Ist doch schön Das war's Okay Echt jetzt Was denn Ich werd die ganze Zeit gespottet Obwohl keine Drohne in der Nähe sein kann Ich werde von 3 Seiten angegriffen Das ist echt geil Sieht aus wie Glass Ich treff ihn auch noch Ich treff ihn auch noch Warum schießt ihr noch auf mich rauf oder was Junge Wie viel kassiert denn der Hallo Alex Hey Junge Weißt du Bug hat 5 HP Blitz hat 5 HP Was soll das Mein Lobby Mein Lobbytür ist offen Der wirft ne Granate durch Noch eine zweite Granate Nein Er wusste es halt Bug hat 2 3 HP Tellers 2 sind Tellers Lobby 3 Alle 3 Alle 3 Ich sag doch Bug hat keine HP Wir sind drinnen Einer Der andere kommt die andere Tür Wir sind drinnen Hat er dass Er wusste es Weißt du Ich krieg einfach 3 Kill Assists Das kann auch nicht wahr sein Alles Das ist also Da komm ich Ne Do... Ne Dovi hat was gekillt Ja einen Ja warte mal War das gerade... War das gerade eine rassistische Dünne Guck Von wegen Ja von wem wohl Tachanka mit solchen Maschinengewehr ist natürlich hinter euch nicht was Also smoke ist da Ja, ich hab ja extra mit Dings geschossen, äh, nicht geschossen mit dem Dach. Ich bin bei mir, wo ich gestorben bin. Doofy, ich komm zu dir. Baut seit einer oben auf dem Dach. Aha. Bin dreißig. Warum geht der raus? Ist der Blut? Ist Frost? Auf dem Dach? Hit! Hit! Ich bin schon auch oben, Leute. Christian, Legion dürfte, ähm, Richtung Redstairs sein. Ja, ist nix drin. Weil hier ist der, der ist hier drin im Zug. Hier ist Frost. Hit! Ist auch kein Hit. Wieso? Christian, bist du das Erste? Frost ist im Esszimmer. Esszimmer? Ja, müsste irgendwo links rum Christian unterwegs sein. Ja, ich komm rüber. Wenn ich jetzt irgendwo runter geht, Alex links rum und rechts rum. Da war die unterwegs. Was? Christian, was? Warte. Ach da. Ja, warte. Seid ihr es mir sagen können? Ich werde nicht hierherkommen zum Zuschauen. Ach so. Ja, komm mal. Jetzt kannst du, jetzt kannst du die erste, äh, von der ersten. Jetzt kannst du es sehen, ja. BOOM! Dreck aufs Knie. Die kann nicht mehr laufen. In die Eier. Ihre Football Karriere ist am Ende. Die Eier. Die Eier. Die Eier. Die Eier. Ist das eine Pistole? Ja. Die geht zum Top. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runter nehmen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, das. Du Huren. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja. Jetzt haben es halt wo das am Start. Zau. Zau. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Dämm, 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 Dämm. Ähm. Lass mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.